Heftiger Seegang. Die Nordsee ist aufgewühlt. Ein Schiff kämpft sich durch den Sturm. Die Besatzung hat den Wellengang von der Brücke aus gefilmt. Das Video ist auf YouTube zu sehen. Die Männer auf der Brücke scheint das aber nicht zu beunruhigen. Sie wissen wohl genau, was sie ihrem Schiff zumuten können und erfreuen sich am Ritt durch die Wellenberge. Von sogenannten Monsterwellen, auch Carvenzmännern genannt, sind diese Wellen aber noch weit entfernt, denn solche Wellen können auch für größere Schiffe gefährlich werden. So fucking happy with that.